Wir befinden uns hier am Set der Dorfrocker in Kroatien Zadar 2012, der Dreh mit Gute Laune TV. Und wir merken schon, wir sind gerade in der Pause, in der Ivanka, die Dame vorne mit dem Pinsel in der Hand, großen Wert darauf legt, dass auch die Maske den veränderten Lichtverhältnissen angepasst wird. Das ist insofern besonders wichtig, weil wir vorher draußen gedreht haben und hier vor dem Regen nach drinnen geflüchtet sind. Und wir merken schon, es ist sehr entspannt am Set. Das ist auch wichtig, damit unsere Künstler so gut wie möglich performen können. Das Anspruchsvolle an so einem Videodreh, gerade auch für die Dorfrocker, ist sicherlich die Situation, dass man nicht nur einmal das Lied absinkt an einer Position, sondern wirklich immer wieder und immer wieder in verschiedenen Kameraeinstellungen das Gleiche machen muss und immer die gleiche Power dahinter haben muss. Den Dorfrockern fällt das sehr leicht, die haben richtig, richtig Power. Und man muss hier sagen, wir sind ja vor dem Regen geflüchtet, haben hier endlich eine sonnige Phase erwischt. Und diesen Moment mussten wir wahrnehmen. Es geht um Pressearbeit, ein neues Album, das Hammer uns verdient, die Single kommt raus, Fotos müssen gemacht werden. Und wenn Sie sich schon mal gefragt haben, warum schauen die anderen auf den Fotos immer so gut aus? Chantal hält einen Aufheller in der Hand, der verbrennt jeden Schatten im Gesicht und nur deswegen schauen Künstler auf Fotos in erster Linie immer gut aus. Da ist ja auch meine Kamera. Es regnet draußen. Was will man machen? Es ist ein purer Stress, so ein Videodreh, wie man sieht. Wir müssen schon wieder pausieren. Und wie viele Leute da überhaupt mal beteiligt sind bei so einem Dreh? Vielleicht können wir mal eine Kameraschwing machen. Da ist zum Beispiel vielleicht auch noch jemand mit einem bunten Hand. Da ist noch jemand mit einer Fotokamera. So viele Leute, und es sind noch mindestens doppelt so viele. Und wir warten alle, weil es regnet. Aber jetzt machen wir drinnen-Innen-Aufnahmen. Genau. Drinnen-Innen-Aufnahmen. Genau. Geh echt? Okay. So. Wir pausieren kurz. Draußen regnet's. Jetzt sind wir allerdings auch nur noch zu zweit. Und wo ist der Tobi? Dreimal das Raden? Wie immer er hat. Er ist auf dem Club. Das haben wir uns verdient. Das haben wir uns verdient. Das Anstrengende für die Künstler ist sicherlich bei einem Videodreh, dass sie wirklich stundenlang das Gleiche immer wieder machen müssen. Und immer das gleiche Lied in neuen Stimmungen und neuen Einstellungen drehen müssen. Und ganz hoch anrechnend tun wir hier den Dorfrockern, dass sie wirklich von Anfang bis Ende professionell und sehr, 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 sehr gut gelaunt waren, was die Stimmung am Set für uns natürlich goldig gemacht hat. Also Dorfrocker, Daumen hoch, das wird ein tolles Video.